86 Questions, Past Tense 2 Fragen, Vergangenheit 2 Which tie did you wear? Welche Krawatte hast du getragen? Welche Krawatte hast du getragen? Welches Auto hast du gekauft? Welche Zeitung hast du abonniert? Wen haben sie gesehen? Wen haben sie gesehen? Wen haben sie getroffen? Wen haben sie erkannt? Wen haben sie erkannt? Wann sind sie aufgestanden? Wann haben sie begonnen? Wann haben sie aufgehört? Wann haben sie aufgehört? Warum sind sie aufgewacht? Warum sind sie aufgewacht? Warum sind sie aufgewacht? Warum sind sie Lehrer geworden? Warum haben sie ein Taxi genommen? Warum haben sie ein Taxi genommen? Woher sind sie gekommen? Woher sind sie gekommen? Woher sind sie gegangen? Where did you go? Wohin sind sie gegangen? Wohin sind sie gegangen? Where were you? Wo sind sie gewesen? Wo sind sie gewesen? Wem hast du geholfen? 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 Wem hast du geantwortet? Wem hast du geantwortet?